hallo grüß dich wie geht es dir gerade ich bin heute da um dir etwas mehr zum thema sichtbarkeit zu erzählen wie es auch darum geht wie wir uns selber mehr zeigen können aber auch wie du dich lernst besser zu verstehen in der tiefe zu verstehen und mehr dein ich bewusstsein dein jen bewusstsein entwickelt um dich daraufhin auch mehr zu zeigen jetzt aktuell heute haben wir eine wunderschöne sonne saturn verbindung und wir sind kurz vom steinbock vollmond zu dem ich übrigens auch noch einen text schreiben werde den kannst du auf den news lichtern lesen und auf meiner webseite gesunde beziehung punkt kommen diese steinbock saturn themen das gehört zusammen saturn ist der chef vom steinbock gehören zum thema sichtbarkeit und die sind immer wieder aktuell für uns das ist zwar jetzt aktueller weil es durch die impulse am sternenhimmel spürbarer ist für dich aber es ist generell ein lebensthema zum steinbock gehört zum beispiel auch die verantwortung die integrität also wie kann ich zu mir stehen wie bin ich erwachsen fühle ich mich vielleicht öfter als als kind in der opferhaltung situationen ausgeliefert verliere ich meine kraft oder kann ich sagen nein das bin ich und ich stehe für mich und ich gehe für mich und ich kann mich auch zeigen und dieses ich zeigen können oder diese sichtbarkeit die wir haben hat natürlich auch ganz viel mit unserer berufung zu tun berufung gehört auch zum steinbock prinzip im horoskop wenn du dich ein bisschen mehr auskennst gibt es da auch einen einen mc und ein ic ein zehntes haus wo der natürliche herrscher wieder steinbock und saturn ist und diese berufung ist auch etwas wo wir aus uns heraus etwas leben können und geben können wo wir das gefühl haben okay ich muss das unbedingt machen so wie ich heute morgen gespürt habe jetzt packe ich mein stativ wieder ein und mein mikrofon und nimm dieses video für dich auf da kommt so ein ruf er kommt von innen von außen du hörst es und du spürst auch ich brennen dafür ich möchte dafür gehen und ich möchte mich so zeigen wie geht es dir damit kannst du dich zeigen und wie fühlst du dich dabei kannst du da auch im körper sein im körper bleiben einfach ganz du selbst dieses diese sichtbarkeit dieses dicht sich zeigen können ist in der berufung auch sehr wichtig aber es ist auch wichtig in beziehungen für für sich selber einstehen zu können zu zeigen und zu sagen ja da da bin ich so bin ich und wenn wir aus traumaprägungen kommen wenn wir als kinder nicht und selbst spüren gelernt haben und uns selbst gut zu entwickeln und so zu entwickeln wie wir sind dann geben wir unser ich bewusstsein auf und wir passen uns an wir passen uns allermeisten den müttern den vätern der familie den umständen an damit wir in dieser familie bleiben können und die oberste prio die immer haben müssen ist bindung und wenn diese bindung auch schmerzhaftes abwerten wenn es vielleicht sogar auch gewalt oder auch sexuelle gewalt verbale gewalt oder auch viel leid gegeben hat du musst das kleines kind in der familie trotzdem in bindung bleiben und wenn das deinem eigenen ich sein und ich bewusstsein schadet wie tut oder einfach gar nicht möglich ist dass du da bist weil es nicht aushaltbar ist für so ein kleines kinderwesen dann spaltest du dein ich sein weg und nimmst andere schein identitäten schutzhaltungen hier finden wir auch wieder blut im steinbock der diese diese schein identitäten schutzhüllen die wir aufbauen auch anzeigt und vor allen dingen spürst du dich nicht richtig du hast zu dir selbst keine bindung weil die gefühle in dir selber oft als gefährlich erscheinen und wenn wir jetzt wieder zum eingangs thema zurückgehen zudem dass du vielleicht auch sichtbarer werden möchtest ich zeigen möchtest oder vielleicht auch tatsächlich deine berufung leben möchtest in der beziehung da bleiben möchte dass ich zeigen möchtest und merkst ich verliere mich da ich ich kann das gar nicht oder ich traue mich nicht ich löse mich auf oder ich mache irgendwelche rollen ja dass ich perfekt bin dass ich versucht besonders gut und perfekt zu sein die richtig anstrengend sind oder ich streite mich sehr viel rum ich versuche sehr viel zu diskutieren besser zu wissen oder ich bin extrem lieb und brav um jetzt nur ein paar überlebensstrategien zu nennen die mir gerade dazu einfallen kommt gerade ein auto aber das bist dann nicht du du aus deinem wesen aus deinem inneren und du vielleicht auch mit einer seelenaufgabe mit der du hier angetreten bist und viele von uns abend sich wahrscheinlich und wenn ich ebenso geburtshoroskop anschaue von anfang an sind da ja die lernthemen die seelenaufgaben die entwicklungspotenziale genauso drin aber auch unsere verwundungen das was was schweres für uns was uns wehgetan hat und ich schätze dass wir hierher gekommen sind um uns zu entwickeln um uns heilen zu lernen um unsere sie durch unsere seele diese erfahrung zu machen und aber damit uns auch zu zeigen und jetzt kommt auch ein etwas sehr jinnische sein jinn bewusstsein das weibliche dass wir uns auch damit verbinden dass nicht jeder alleine vor sich hin wurstelt und verzweifelt oder scheinwelten aufbaut oder in irgendwelchen netflix serien abtaucht sondern dass wir uns zeigen so wie ich auch heute dass ich mich hierhin stelle und dir von meinen lernerfahrungen von meinen heilungserfahrungen erzähle und ich auch dazu einlade dass du mit mir ein paar schritte mit gehst dieses mitgehen dass es verbinden es ist weibliches jinn bewusstsein was uns nährt was uns gut tut und wenn du dich traust auch tiefer mit dir selber mit deinem bewusstsein in der tiefe wie war es für mich als kind was hat mich geprägt konnte ich mich zeigen oder war ich vielleicht sogar in gefahr und ich nenne einfach jetzt auch mal noch mal kurz ein paar gefahrensituationen achtung es könnte auch ein trigger für dich sein zum einen und gleichzeitig ist es natürlich auch sehr wertvoll sich damit auseinanderzusetzen das heißt wenn es in einer familie körperliche oder auch sexuelle gewalt gab dann kann es sein dass du versucht hast extrem extrem brav zu sein oder dich extrem anzupassen weil du wenn du dich gezeigt hast in gefahr warst und gerade für frauen und mädchen wo ich einfach sehr viele begleiten was ich auch von mir kenne war auch dann das thema weiblichkeit frau sein oft gefährlich oder lebendig sein lust zu haben lust zu haben an einem spielen einfach unbeschwert und dich sicher zu fühlen das ist in einem zu hause sexuelle gewalt mitschwingt stattfindet oder verbale gewalt psychische gewalt oder auch körperliche gewalt das ist nicht möglich du passt dich dann noch viel viel mehr an um zu überleben und um in dieser familie bleiben zu können geht es dir damit kennst du das vielleicht schon aus dir berührt dich das oder merkst du lass mich bloß in ruhe damit und gleichzeitig fällt es dir eben schwer sichtbar zu werden dich zu zeigen kann es schon sein dass du sowas erlebt hast und verdrängt hast es kann sein viele der frauen die mit mir arbeiten und auch ich selber habe bis zu meinem 40 leben jahr zu meinem 41 leben ist ja keine erinnerungen gehabt an die sexuelle gewalt ich habe von zwei verschiedenen tätern zu hause in der familie von zwei männern sexuelle übergriff von sexuelle gewalt erlebt und ich hatte keine erinnerung aber ich hatte extreme platzangst geschlossene räume geschlossene türen waren die hölle für mich ich hatte extreme schmerzen im körper ich war sehr viel krank ich war psychisch oft aufgedreht und ich konnte mich nicht richtig zeigen in einer gruppe damals gab es noch so netzwerk frauentreffen zu messen mich von der gruppe hinstellen und zu sprechen oder auch jetzt wie so von der kamera und ich weiß dass es und ich hoffe und ich wünsche mir dass es viele von euch anschauen und viele von euch dann auch vielleicht sogar weiterleiten wenn sie sagen es ist wertvoll für mich und es ist vielleicht auch wertvoll für jemand anders es wäre unmöglich gewesen mir wurde ich hatte panikattacken es ging nicht und dementsprechend war ich natürlich auch beruflich nicht so erfolgreich wie jetzt und auch nicht glücklich und nicht erfüllt und der zugang zu meinem ich zu meinem jenen bewusstsein der zugang zu zu mir selbst in der tiefe der hat einfach gefehlt sicherheitshalber und all die letzten jahre habe ich mir das zurückgeholt erarbeitet und unglaublich gerne nämlich dich damit wenn du auch wieder dich mit dir verbinden möchtest in der tiefe wenn du dein frau sein denn ich sein oder auch als mann dein mann sein wenn du dich selbst einfach wirklich aus dir heraus dich erst mal heilen möchtest verstehen möchtest sehen möchtest und dann zeigen in der welt weil jeder von uns ist mit einer aufgabe gekommen und und mit dieser aufgabe wenn wir sie finden und wenn wir sie verstehen und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu dem kindlichen anteil der damals extrem brav und angepasst war und das verstecken musste und auch alles verdrängt hat wenn du mit diesem kindlichen anteil in verbindung kommst von der heutigen erwachsenen und so begleite ich dich zum beispiel in meinen eins zu eins sitzungen aber auch in den meditationen wo du das einfach schon mal ausprobieren könntest für dich also ein teil unser bewusstsein ist ich spüre es auch oft am rücken hinten ist da und es bleibt da und dann gibt es meist verschiedene kindliche anteile die tragen den schmerz die tragen die scham die tragen die angst in sich und auch die erinnerungen auch über den körper sind deine erinnerungen da und so dazu werde ich ein extra video noch mal aufnehmen kannst du mit ihren verbindung kommen und über diese verbindung in dir und in deiner tiefe hier im bauch und und auch im becken wo du dann einfach in dir bist und da bist da liegen auch deine schätze begraben das sind talente da ist liebe das freude da ist einfach das lebendigkeit weil du dich auch über das gegenwärtige ich bewusstsein und in bewusstsein sicher fühlen kannst und dann kann ein neues leben beginnen nach und nach und natürlich bist du dann nicht ein neuer mensch und es ist alles weg was jemals war aber du hast eine andere innere haltung hier sind wir wieder bei steinboxer touren du hast die haltung von verantwortung von fürsorge was zum krebs element kommt wo wir gerade die sonne im krebs haben du hast deine haltung von ich will heilen ich will es gut machen für mich und für andere ich möchte in verbindung kommen und ich will wahrscheinlich auch den sinn meines lebens und meine erfüllung spüren können und etwas in die welt bringen mit anderen wenn du fragen hast schreib mir bitte ich freue mich richtig wenn du vielleicht auch mehr zu deinem horoskop wissen möchtest ich biete auch astrologische beratung an gerade im bereich für berufung mit den traumabasics die kannst du unten sind die links buchen auch über elo page oder schreib mich an oder auch eins zu eins in der traumarbeit oder es gibt kleine frauengruppen bei mir in mit einem healing jen day bist du herzlich eingeladen und ich freue mich ich freue mich sehr wenn wir uns verbinden können und miteinander wachsen entwickeln und jeder für sich heilt und dann zeigen kann alles gute für dich